Oh, er sieht so toll aus. Sein Auge. Lächeln mal. Ja, er will, dass ihr abonniert. So sieht es nämlich aus. Er macht Auge. Okay, gut. Kann ich hier am Hebel ziehen? Ist hier noch jemand drin? So, wo geht es hier lang? Ah, Karte! Hier geht es einmal im Kreis. Okay. Kreisi, Kreisi, Kreisi. Check! Gucken, passen die mir? Nein. Was war das? Audiolog. Logbuch der Chirurgie, Dr. Chalice Massa, Kopie an mein sicheres Terminal. Ich habe Jürgens überzeugt, mir den Video-Feed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, sie trotzten dem Tod. Und sowas liegt sich hier auf dem Klo? Was flüstert hier immer? Hört ihr das auch? Hab der, hab der, hab der. Wie soll die flüstern? Warum nur ein Item drin, ne? So in der Box. Hier mit ihren eigenen Waffen. Wo sind wir denn hier? Hallo? Nicole? Ich bin's. Nicole? Nicole? Wo ist du? Wo ist Nicole? Versöhnliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-D-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf LG7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. RIG-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. RIG-Standort nicht ermittelbar. Manuelles RIG-Tracking ist verfügbar. Hupf! Wissen scha- Was? Hupf! Untersuche die Notaufnahme. Notaufnahme. Das ist jetzt aber eine Nebenquest, oder? Karte. Missionen. Ich muss erst die Barrikade durchbrechen, um die Leichenhalle zu gelangen. Zerstöre die Barrikade. Ich kann die Notaufnahme erst erreichen, wenn ich die Barrikade zerstört habe. Ja, also erst die Hauptaufgabe und dann die Nebenaufgabe. Aber dann haben wir sie ja trotzdem schon mal. Man kann ja trotzdem mal ein bisschen rumgucken hier, oder? Impuls. Aber 25 Schuss, ein so'n Ding, ne? Okay, Diktat läuft. Ich werde ihren Namen nicht in das Dingsen aufnehmen. Danke. Ich will das alles nicht lesen. Jetzt ist es immer so viel. Aber ihr könnt ja gerne auf Pause machen und das lesen. Stabeaufladung. Soll ich dich zu deinem Freund bringen? Was ist das? Bringe Schemata zum Job, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Oh, ist das ein Job-Upgrade? Medi-Pack. Haben wir uns irgendwie geheilt? Warum haben wir uns denn geheilt? Ich meine, ich habe zwar Medi-Packs benutzt. Wir haben keine Knoten. Aber wir waren ja nicht voll. Und trotzdem sind wir jetzt voll. Hier können wir nichts machen. Ich lebe noch. Komm, riech auf meinen Achseln. Wir speichern erst mal wieder ab, ne? Ja, wieder ab, speichern hier. Ah, nee. Speichern. Abgeschlossen. Also speichern kannst du ja echt viel im Spiel, wa? Ja, du kannst ja ohne Ende speichern. Was ist das denn? Aber hier sind so komische Bohnen drin. Ihh. Pfff, okay. Na, 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 Level 3. Boah, gut, dann gehen wir auch mal rein da, wa? Wo ist er? Ich bin bereit für dich. Komm her. Wie bist du hässlich? Scheiße hält so viel aus. Kriege ich dich nicht getreten, oder was? Bist du so klein, oder was? Wie sieht es so eigentlich aus? Haben die hier geklont? Haben die Menschen geklont? Schreibfehler, sorry. Exemplar DDD ist bereit zur Entnahme. Hier ist dein Schreibfehler. Einer der beiden hat Aktien gekauft. Moment, Aktien. Hier sind ja noch mehr drin. Über so Pipis. So, was ist mit dir? Weißt du noch was? Ih, sein Arm klebt da einfach dran. Wubbel, 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 wubbel. Ah, lol, der hat, der wurde dran getackert. Siehst du das? Training ab. Nee, das Ding ist ja mega widerlich. Widerliches Ding. Du bist auch widerlich. Der hat so Dinger rumbrannt. So hat er gemacht. Der eine hier hat das. Komische Ding hier. Können wir dich mal hier auf so einen Tisch packen? Um dich genauer anzugucken. Er wird, seine Dinger habe ich oben abgeschossen, ne? Wie, 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 wuhuuu. Hallo. So macht man nicht. Ist hier sonst noch was? Na, 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 na. Darf ich mir hier noch irgendein Baby an? Soll ich so eine Bettpfanne mitnehmen? Oh, hier so ein Messer. Eine Schere. Oh, jetzt sind wir hier. Schutzschalter. Schockpad. Janiels antwortet nicht auf Ihrem Rig Link. Wie ist dein Status? Hast du die Crew gefunden? Ihr Büro ist leer. Keine Spur von ihr. Aber ich habe einen Schockpad für die Barrikade gefunden. Ich brauche einen Hydrazintank. Beeil dich, Hysack. Mir gefällt nicht, was ich höre. Ich glaube, wir hätten erst mal zur Barrikade gemusst. Dann hätte sich herausgestellt, wir kommen hier gar nicht weiter. Vielleicht folgen wir doch erst mal immer der Linie. Oder? Komm, setz dich hin. Okay, sein Gesicht ist ja komplett weggebrannt. Ich habe einen neuen Kopf gekriegt. Okay. Ein Knoten. Ey, habe ich nicht vorhin auch schon so ein Ding hier gefunden? Oder in der letzten Folge? Ich habe Angst, dass ich das... Irgendwo da unten war doch so ein... Nur da. Oder nicht? War ich nur zu doof, das aufzumachen? Ich muss dann auch noch. Junge. Weg. Kommt der dahin, dahin, dahin gerollt? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich höre nicht richtig. Ah ne, das war ja nur das Schase-Ding. Ich war der Meinung, ich habe das hier irgendwo gesehen. Kann aber auch sein, dass ich mich geirrt habe. Lauf nochmal einmal hier so durch. Na gut, dann habe ich mich wohl getäuscht. Na gut, okay. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ah, ich dachte schon. Scheiß-Ding, du. Dann, dann, dann. Wieso müssen die auch immer aus den Schächten kommen? Penner. So, hier ist man jetzt safe, ne? Aber hier ist eine Speicherstation. Gehen wir mal, bei Speicherstationen ist man immer safe. Was ist das hier? Ach ja, das Shop. So, und hier müssen wir doch jetzt eigentlich... Da. Schema eingereicht, Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Stase Pack. Und das stellt... Ah, stellt nur die Dingsen wieder her. Ne, ich will ja den Knoten haben. Den Knoten will ich haben. Was haben wir noch im Lager? Achso, Ausrüstung. Haben wir hier eine Bank? Weil wir haben ja einen Knoten. Äh, anscheinend nicht, wa? Na gut, dann gehen wir mal... Gehen wir mal weiter. Was? Da sehen wir es lauter. Da. Äh. 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 Der kriegt auch safe Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich, dass er das nur langsamer macht. Äh. Ah, Mann. Schon wieder ein Doktor am Schuh. Die Staseaufladung. Die Staseaufladung. Keine Energy. Was ist das? Oh, was? Äh, weh, weh, weh. Alter, passiert doch gleich wieder was. Hier. Aus den Dingern kommen sie immer raus. Das heißt, hier ist Mob-Spawner. Oh, meine Boxen sind gerade ausgegangen. Ich schwöre dir Der ist hier Ich packe den da schon mal hin Falls da gleich einer herkommt Falls da auch keiner kommt Kann ich den ja immer noch Wiederholen die 25 Schuss Siehste Siehste Predicted Und Recht behalten Schutzschalter Activation Aufzüge Okay wir haben keinen Strom Hier muss irgendwas rein Okay Hier die Batterie Oder den Motor besser gesagt Und rein Erstmal den Aufzug oder Wenn man erstmal hochkommt Bevor man in die Tür geht Warte Wir gucken Ja Ich würde sagen ja Oder Ja er macht auf jeden Fall Hier hinten irgendeine Tür auf Okay ich guck mal die 25 Schuss Da hinten wieder Da kommt safe noch einer raus Aber er ist scheiß drauf Scheiß drauf Digga Wir gehen jetzt erstmal hier hoch Ah Ah verpist dich Gar kein Problem hier für mich Abgehärtet Abgehärtet Der ist auf jeden Fall da Und da ist er Ja da ist er hinter Eine Scheibe Ja da ist eine Scheibe Wie komme ich denn da rüber Sehr gut Sehr gut Schlaue Hase Ich bin schlau Da kommt auch noch einer raus Safe Schon wieder tausend Wege hier Stase Also ich hab Stase Also Tütüt Okay da braucht man Level 2 Für Kisten Hinter der Scheibe Alles gut Hinter der Scheibe Bedeutet gleich Durch die Decke Aber warum brauche ich Warum kann ich nicht Einfach so machen Logbuch Anzahl der Diggaanosen Wächst und wächst Schlaflähmung Halluzinationen Und so Ich nehme an Dass die Wahrscheinlichkeit Sehr gering Als ich liebe Dutzende Mühnenarbeiter Dittel Ich denke mal Mehr wird hier Nicht sein Oder Okay Doch hier Boah Man muss echt Auf sowas achten Guck mal Warum kann ich hier Boom machen Oh hier kann man Wieder speichern Okay wir speichern Wir werden speichern Hier kann man wieder Boom machen Hier brauchen wir Level 2 Ich hab nicht mal Level 1 Okay Hier passiert wieder nix Einfritt in Vakuum In ein Vakuum Zeigt der Rigg Die verbergen Zeit an Bevor der Sauerstoff Einfritt in Vakuum Okay 80 Sekunden Schwerelosigkeit aktiviert Endes Vakuum Sehr gut Dafür kann man die Zeit Nimmlich Mit den Knoten Erhöhlen Für Vakuum Dinger Was jetzt Nutze die Stiefel Und Anschubdüsen Um in der Schwebellosigkeit Abheben Ich heb ab Iron Man Okay Navigieren Umsehen Boosten Zurücksetzen Neu orientieren Guck mal Alfa Seria Guck mal hier Das sind Stase Kapseln Cool Cool Und was sind das Also War das jetzt der richtige Weg Ne da hinten Und landen Stimmt Theoretisch könnte ich auch da unten rumlaufen Guck mal Warte mal So Und hier zum Beispiel Landen Ja oder Es geht nicht Okay gut Oh warte mal da Warte mal da Da war ich Und der ist dann hier so lang gekrochen Nach Oben Und hat sich hier die Dinger gesnackt Oder wie oder wo Sonst habe ich alles Gut Gehen wir weiter Schwerlosigkeit deaktiviert Schwerlosigkeit deaktiviert Guck mal da oben Ah Ich habe das da oben gesehen Du Minz Schokolade kriege ich nicht Da ist der Kanister Ich halte noch die Position Was passiert dort Ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden Ich gehe jetzt wieder zurück Sei vorsichtig mit dem Hydrazin Ich will niemanden mehr verlieren Das Ding ist Wir waren ja noch nie bei der Barrikade Platziere Ja warum Wo muss man das platzieren Hier soll man das platzieren Ach die Barrikade Oder was Ähm Ja 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 Ich weiß welche Barrikade Ja 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 Das ist die eine Barrikade Ich weiß wo ich Wo ich versucht habe Ja 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 Ich Es Es klingelt Wo klingelt es In mein Gedächtnis klingelt es Und wo klingelt es noch Wenn du hier abonnieren tust Hier ist so ein kleines Häschen Da kannst du natürlich hier Genau hier Äh warte mal Meine Hand muss ich so machen Ja machen mit links Ja Da kannst du natürlich auch aufklicken Für faule Dann bist du ebenfalls So ich hänge mich jetzt hier an den Haken So Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.